so freunde und weiter geht's wir waren ja in der hütte welche tür heute noch verdienen oder habe ich immer gesehen wo die kann man immer gebrauchen dann haupt jetzt auch einfach ab hier und ich will das nicht riskieren hier doch noch gekillt zu werden was haben wir denn am benzin was ist denn hier hinten noch hier steht garantiert auf werde ich mir neu aussehe sie kommen jetzt aus den türen raus da kommt doch einer weiß nicht wo der jetzt herkam jetzt fragt mich warum der hammer nicht trifft aber gut wollen wir erstmal den weg hinter uns erst mal ein arsch frei die frage ist natürlich jetzt warum trifft das ding jetzt nicht jetzt erstmal ab und dann erst mal auf ein nächstes auto würde ich sagen vielleicht geht das ja hier ein habe will nicht ich frage mich warum die nicht umfallen jetzt doch ein habe den habe nicht den habe den haben wir hier und den da kommt noch eine eine einarmige bandit hier schöne haufen im prinzip hier von ludos und so was können wir natürlich mal gucken ob hier irgendwann ist zombie technisch ist ja hier nicht mehr los aber ich würde fast sagen der weg war umsonst hier hier ist gar nichts kühlschrank geplündert da ist noch eine heikel gegessen da kommt noch eine heiko 2 machen wir zu die zu die tür hier zu die tür jetzt zu die tür auf jeden fall da ist ja auch noch einer der wollte raus tschüss heiko oder der ganze hinterkopf gespalten hier ist auch nichts mehr weit und breit hier vielleicht noch ich dachte gerade die tür geht auf alle der kessel pfeift meine freunde hier ist eine buddeln selder den haben wir wirklich nicht liegen lassen hallo was denn jetzt kriegt ihr jetzt nicht mehr aufgehoben oder machen wir dann anders heilen wir uns und heben das ding auf wo ist er denn den lasse ich hier garantiert nicht liegen ja freunde hier ist denn auch nichts mehr da können wir eine abhauen heiko freunde fragt mir nicht wie ich auf heiko kommen müssen wir einfach so eingewärmt so dann geht es hier weiter weil hier ist er einfach auch nicht mehr was sollen wir hier noch rum pümmeln wenn hier eh nichts mehr ist weiter zur karte yo kommen wir da jetzt hin ja und wenn wir da wo wir am wenigsten beim teng verbrauchen würde ich behaupten aua heimat für jakes war berüchtigen selbst ich glaube jetzt kommt das gleich wo sie uns die ganzen waffen wegnehmen jetzt habe ich gespoilert aber irgendwas kommt jetzt kommt jetzt hier trinkt man schluck vorne ja das scheiße wenn man das spiel schon mal durchgezockt hat da muss man sich zusammenreißen aber nicht spoilert ach quatsch ist das ja doch nicht was ist denn das jetzt mit den kann ich gar nicht mehr dran erinnern hier ach ich muss nochmal scheiße jetzt hab ich noch gestartet bleib hier sagt er ist das das ist ein zombie dort gerade hat wer denkt der andere gewesen hier auch kurios landest du hier mitten auf der karte der zappelt noch nicht mehr meineck noch vor allem so was ist denn jetzt hier los wo müssen wir denn überhaupt hin in der täbel der ins bar der ist weg da kommt noch eine weg nicht weg 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 so wo ist denn die bar meine freunde die große bar da vorne weg er kriegt auf jeden fall eine vom kopf er auch er nicht oh oh muss ich mal kurz auf dem auto springen er kriegt eine vom helmen ich weiß nicht warum er schon wieder nicht umfällt hier so da kommt noch einer weg so laufig ist einfach da rein und dann ist gut er wenn ihr oder jo mel bergsen indiksen er rasset wieder an Da die Armbrust, da ist sie. Ich glaube, jetzt haben wir sogar die Armbrust, irgendwann habe ich da im Schimmel gesehen, lass die Sonne nicht mehr, hier war eine Armbrust auf jeden Fall, die hebt aber nicht auf, so hebt er die nicht auf, das finde ich jetzt schon so ein bisschen traurig. Jetzt haben wir sie. Entschuldigung. Jetzt kommen sie von beiden Seiten. Mist, Alter, das ist ja so schwer mit dem scheiß Bolzen, irgendwas zu treffen. Also das ist schwer mit der Armbrust, muss ich echt zugeben. Richtig schwer mit dem Ding. Da muss man echt erstmal mit klarkommen. So, geht's hin? Was? Durch den Stabsladen. Was für ein Stabsladen? Hier durch, oder? Draußen, ne? Links. Da. Donne favorite des sagt vorgehalten und weggepimmel ja vorne muss mir jetzt immer der armbust ein bisschen konzentrieren oha oha kommt ja von hinten ist ja gar nicht schön mit einem pfeil alles weggepimmelt ach du scheiße das ging gerade mal richtig in die hose jetzt ist die frage kriegen wir den feier noch mal wieder ach da hängt er doch so was muss ich mal schnell energie pumpen habe ich gar nicht mehr wenn ich jetzt durch dann mache ich einfach muss ich da rein schock steht da muss ich auf jeden fall nicht lang da raus wieder ist das hart er kommt natürlich in die ecke ist das heftig hier das war ja wohl richtig schlau oder jetzt war ein bisschen zu hektisch wieder jetzt weiß wer weiß wo jetzt wieder anfangen muss na gut verzeihungs freunde gucken wir allen wochen mal ach da sind wir doch sogar am checkpoint was wo müssen wir jetzt hier hin dass die frau alle waffen wiederholen hier ja toll 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 ja neeeiinnn Was hat heftig alter da ja ist geil boah mit einem ganz kleinen fitzelenergie der ist aber wir haben es geschafft ja Freunde wir haben es geschafft boah heftig alle so dann würde ich einfach mal sagen wir gucken mal kurz bei den Trophäen na was ist denn hier auch der Pfeier hier ewig kalten kein PS3 mehr am Start gehabt hier 17 oh ist der letzte scheint der letzte Akt zu sein wie ich gerade gesehen habe oder ich bin blind also irgendwie ja da oder dahin das ist die Frage wir wir heizen nach Lefferty und dann die Hyres hoffe ich natürlich mal dass das einigermaßen funktioniert hier hier so dann gucken wir die Auswahl auf jeden Fall eine Waffe kann weg halbautomatisches Gewehr und Repetiergewehr dann starten wir und dann starten wir das Ding und dann gucken wir mal wo wir hier jetzt landen wollen natürlich da wo keiner landen will der hier ist auf jeden Fall falsch der hier ist auf jeden Fall falsch Quats, kriegt der wer hier ja wo ist denn der scheiß Reifen was ist jetzt die Frage die man sich stellen muss hier oh ne wo ist der nächste Zombie der Reifendurch der ist doch hier hinten oder sieht ganz danach aus machen wir einfach mal die Tür auf und gucken mal in jeder Ecke hier soll irgendwo ein Reifen liegen kann doch gar nicht sein läuft auf jeden Fall soo gucken wir mal wo hier ein Reifen zu finden ist hier in der Hütte das wäre ja hart das scheint wirklich so zu sein aber wo denn wo ist denn hier bitte ein Reifen wollt ihr mich verarschen irgendwie fühlt mich hier leicht verarscht ich fühle mich hier grad voll verarscht das ist doch kein Reifen in der Hütte da laufen wir einfach mal die Treppe hoch hier laufen wir einfach mal die Treppe hoch hier wird doch irgendwo ein Reifen sein wird doch irgendwo ein Reifen sein die Frage ist nur wo Freunde stehe ich gerade nicht ich finde hier keinen Reifen die Frage ist nur wo Freunde stehe ich gerade nicht ich finde hier keinen Reifen merkwürdig oh doch da ist er Reifen da ist er der Reifen aber ich glaube jetzt nur noch runter Freunde und dann und dann würde ich sagen würde ich sagen mache ich einen Cut hier aber wir können auch gleich mal gucken ob hier noch irgendwo Benzin liegt wenn wir schon unterwegs sind komm her hier Heiko wollen wir nachher keinen Benzin suchen irgendwo wird hier garantiert da hinten sehe ich schon was geradeaus oha aber hier ist auch mächtig Zombie Action 2 Liter dann nehmen wir den noch mit und dann verpissen wir uns hier ganz schnell mit dem Messer kann man schneller laufen habe ich zumindest das Gefühl und dann hauen wir ab und dann mache ich einen Cut Freunde so mit Ö und Papi Papo so hauen bis Mittwoch und so so dann mache ich hier an der Stelle schnell einen Cut und bin dann sofort also in der nächsten Folge natürlich wieder da bis dahin haut rein Tschüss.